Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bar auf Hildrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit dem Koller. Koller, geben Sie mir, Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Nein. Das sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wilhard Werder. Röchige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand, der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe vom Führer unserer Fahrt aufringen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt fünf Kilometer vor dem Strecke. Und ich erfahre das sozusagen auf Machtfrage. Mein Führer für den Fahrt ist ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unfern. 20 Sekunden in der reloge. 27 Sekunden in der reloge final. Die hat Nacho. Nacho Klari mit der Pelotas. Jetzt mit der Frank González. Jetzt mit der Schicki Paredes. Jetzt mit der Schicki Paredes. Jetzt mit dem Schalzi Sepulver. Jetzt mit der Barberi. Das ist ein soler. Erregel. Matthias Barberi. Entraba solo. Solito y solo. Cinco, seis segundos. Va Frank González que va para adentro. Va para Nahuel Martínez. Y va para Anahuel Martínez. Dice que vale. Y el campeón es Centro Español. Con la última bola de Mario Sepúlveda. Centro Español es campeón del torneo de integración. Erregel. Erregel. Versp entreprises. Erregel. 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 Erregel.